Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video im Schnee. Davon werden jetzt noch mehrere Videos folgen und heute werden wir auf dem Feld, was zugeschneit ist übrigens, chaotisch rum böllern. Mit allen möglichen Böllern hier raus. Wir werden vielleicht nicht alle zünden, aber dafür viele und ich will mal sagen, wir starten direkt mit einem China Böller D, der nicht fokussiert, von, ah das sieht mir ganz stark an Daim und Feuerwerk aus. Richtig ist es auch. Dann let's go Jungs. Oder let's warten. Ha, das ist so lustig aus. Komm, machen wir direkt noch einen. Ich glaube der ist jetzt vom Veko. Jawoll. Der war aber gut was lauter, dann machen wir direkt mal hier. Ich hab jetzt Bock auf ein paar lautere Sachen noch. Machen wir mal direkt den Kubi hinterher. Ah, jetzt wird's ein bisschen windig, aber davon lassen wir uns ja nicht stören. Der ist aber ganz schön verpufft. Machen wir nachher mal den nächsten. Immer gegen Ende des Videos machen lieber noch einen eingeschneiten D-Böller. Ha, der ist hier jetzt zurückgeflogen. Geil. Der wollte noch mal verböllert werden. Ah, ich hab irgendwas in den Mund gekriegt. Da machen wir hier jetzt so ein, was ist das? Ich hab so ein super Cracker. Machen wir den mal. Süß. Süßer Knaller, Knaller. Da machen wir hier direkt mal so ein Pyro Cracker. Einfach nur wild rumballern, Leute. Wer findet's nicht geil, einfach mal zu böllern? Ah, aussieht. Ah, ich find's einfach herrlich. Wir müssen uns mal vorstellen. Wir haben schon wieder Dezember. Ah, jetzt hab ich den Börder falsch schon reingeschickt. Wir haben schon wieder Dezember. Das heißt, jetzt bald geht's los. Und wir haben jetzt auch schon Anfang, Mitte Dezember, würde ich so sagen. Das heißt, die dauert wirklich gar nicht mal lang. Ey, der hat ja echt Dampf. Nicht schlecht. Komm, machen wir hier mal so einen Veko D-Böller und gucken mal, dass der da Luft losgeht. Ja komm, geh an. Was ist das für eine Lunte? Die super Sicherheitslunte. Jawohl, der hat ja super geil funktioniert. Das tun wir jetzt direkt nochmal. Nämlich mit so einem Leslie Börder. Mit einem roten Leslie Börder. Ich werfe dir einfach hoffnungslos zu früh weg. Komm, geht's auf. Wir zünden jetzt hier nochmal so einen richtig geilen B Börder. Zumindest funktioniert das Feuerzeug jetzt. Ist auch geil. Ja, ist natürlich super, wenn die Feuerzeuge funktionieren. Aber die Böller nicht. Machen wir nochmal direkt einen D-Böller. Sag ich schon hier so ein B-Böllerchen. Die scheinen nicht so richtig zu fluppen. Ja, wie gesagt, ich bin trotzdem froh, dass die Feuerzeuge funktionieren. Denn in meinen Videos, die ich davor hier gedreht habe, musste ich leider feststellen, dass meine Feuerzeuge alles scheiße sind. Ja, okay. Okay. Diesen Böllern geben wir jetzt keine Chance mehr. Wir zünden mal stattdessen so ein paar Pyro-Cracker. Ja, komm, die lassen wir jetzt. Okay, jetzt ist das Feuerzeug wieder dran. Okay, jetzt ist das Feuerzeug wieder dran. Machen wir das Feuerzeug wieder dran.